Ich bin die Mauer von der Mount Everest Na klar, was denkst du, wer du bist? Du musst dir von der Zugspitze weg Ab in die Icon-Packs, Hero-Packs Okay, mit Draft beginnen wir Schnick, Schnack, Schnuck Nicht reingucken, nicht reingucken Kein Gegentor Okay Digga, aktuell sind Donnerstags ja gar nie Streams, weil Ja, ne, gibt ja aktuell Donnerstags nichts zu machen Außer wir spielen so einen Rush Cup, dann gibt's Donnerstags einen Stream Oh, was nehm ich da? Ja, ich muss die mitnehmen Nein, ist aber auch gut Ich nehm die hier mit Bist du mit Token rein? Nein, FIFA Points FIFA Points Ah Ah, ist egal Das ist egal, Chat Und beste komplette Premier League bauen Wichtig Oder Icons mitnehmen Oder Icons, ja Aber das bringt mir dann am Ende auch nix Die 82er-Fluppe da, die bringen mir nix Die 82er-Fluppe da, die bringen mir nix Denne kann ich nichts anfangen Klosterberg Boah 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 ja gut über die die maria passt aber auch rein kann ich hier rein stellen kolleg mal gucken chat waaah den kann ich eigentlich mal gebraucht obwohl den kann ich da gebrauchen ist das lächerlich den könnte ich aber halt auch stellen ist das lächerlich mit gibt es zwar sogar minus aber egal was 89er der boostet den brauche ich ah ja macht er aber voll hier wo du wach ich brauche einen torwart, ich brauche dringend noch einen torwart torwart wäre es geschehen ich muss was gutes mitnehmen ich voll mitnehmen müssen boah wer wollt ihr ficken ne ist das lächerlich ist das gut ist das lächerlich jetzt fehlt es hinten noch ein bisschen was ich kann eigentlich ihn wieder rein machen habe ich es halt so ne ah es geht immer schon hin scheiße jetzt muss ich ja noch wolter gewinnen ne ich habe so das gefühl ich kriege wieder kein special set heute jungs könnte mir vielleicht sogar was bringen ich bin ich bin jetzt habe ich wirklich komplett ja wichtig ja gut 186 nicht so gut ist noch in greifbarer nähe ja was soll das bringen mehr wie 186 geht schade 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 ach gut die ficken mich sogar hier die ficken mich sogar hier ich dachte auch erst 4-5-1 okay gut ja die geht aber auch eigentlich ja aber ohne flügel ja dann musst du 4-4-2 mitnehmen komm versuchen es jetzt musst du da auf Paris Neymar wäre Ehre Jungs mhm Simon genauso Ehre Paredes scheiße wie mit Paredes da reingeht das ist eklig die Reisschüssel was die Reisschüssel mitnehmen ein Braffil kriege ich mal sowas von Braffil Bro eklat kriegst du doch safe noch was recht die Reisschüssel mit gut gemeiner Rat Lil Nelly willkommen der Pfad wenn du resubt im 12ten kriegst du den resubt im 10ten ich hab auf dich gehört ne dann ist er machen keine Teambewertung danke für den Euro 99 Verrat oder W verkaufen und Gold nehmen 4 Spiele nur noch für 4 Siege ich spiele als nächstes gegen Chelsea und dann Arsenal ich würde ihn doch behalten Digga ich würde ihn verkaufen ja guck da sind sie doch die Jupp passt perfekt in die Jupp könnt halt auch den da reinballern dann krieg ich den da hinten was für ein 30er ich hab wirklich die Reisschüssel genommen war doch gut ich muss White mitnehmen ja stimmt wir haben eine gemacht oh oh Cordoba bringt halt gar nichts freu dich hätte ich mir besser Cordoba mitgenommen tier reiss die Mo am Rieme laber mir kein Scheiß und Wechen du willst verdienen ach fickt euch doch Digga so ein Wichser tourhaft alter ja ich heb die Hand ich heb die Hand wow hm war eng gut ab ins Wolder rein ich kann alles klar machen Chat er hat mich reingeschickt in die Gulag Jungs den Controller will ich ne schnick schnack schnuck bitte fangen sie an ja perfekt ich hör doch schon wie deiner klickt da nehm ich ned nehm ich auch ned du hast doch gar nicht gedrückt oder doch ich hab gedrückt die Moombay City ja ne ach ja lass mich runter ach komm Digga ja doch gar nichts ich hab letztes Mal auch mit einem schlechtere Team gewonnen ach Digga Slask Breslau ach komm scheiße ich hasse eigentlich Wolder wenn ich mal ehrlich bin warum krieg ich mal Wolder immer nach die Arme gegriffe hm Gibt's da auch? ach du scheiße oh nein neiiiin was macht der? er hängt er schießt ned er schießt ned ich hab glaub ich ne falsche Steuerung ich hab falsche Steuerung ich hab falsche Steuerung der schießt ned meine auch ned was ist das? er macht nix hallo hä? jeder muss irgendwo mit seine hä? was ist das? was ist das? was ist das? hä? das ist verstellt die Steuerung ist verstellt die Steuerung ist verstellt die Steuerung ist verstellt ne ich glaub ich muss umstellen jetzt wirklich? ja meine Steuerung ist verstellt was laverst du? Cam die Cam ist doch schon Cam ist so unten was wollt ihr denn? klassisch es geht aber ned ich kann ned schießen ich schwörs dir es funktioniert ned hör doch auf jetzt noch mit so taktische Scheiße gegen mich zu spielen Digga es funktioniert ned ich kann ja mal tacklen guck mal die tacklen ned mal es geht ned meine Taste ist kaputt wie unfair es geht ned halt mal dein Baul jetzt wirklich es funktioniert ned was soll ich Digga die Taste geht ned ja aber nach 10 mal drücken der ist kaputt was sind das? ey der vibriert auch wie ein Arschloch was ist jetzt? das Ding vibriert wie ein Arschloch ja und jetzt? das funktioniert ned Jungs was ist das? in dem wichtigsten Spiel meiner Karriere was ist denn das jetzt? dann soll man einen anderen Controller nehmen das funktioniert ned ich werd hier gezinkt Jungs ach was wir hatten da letztes Mal Pause gedrückt guck mal wo der Hund drückt ja was er kleilt mir die Mummel rein drückt Pause ja und? ich hab ja Pause gedrückt offiziell du musst 10 mal auf Kreis drücken dass der Schießwo hast denn die Controller gekauft bei welchem Markt alter guck mal wie ich das es geht ned es ist so lächerlich der Controller geht ned halt jetzt einfach dein scheiß Wort Digga er geht ned du spielst doch ja aber wie? wo hast denn die Dinger guck mal der passt einfach automatisch das ist ein Prank Digga ich sag dir wie es ist es ist ein Prank halt bitte einfach deinen Maul bitte ja ja klar super es hat nichts mit Schiebung zu tun das Ding funktioniert ned richtig zwei Controller irgendwo gekauft und die gehen ned ah ja ach Digga ich kann ich kann schon wieder aufgeben wirklich sie machen einfach nichts die Heizung brummt wenn der jetzt ned schießt jetzt gehts auf einmal ah ja auf einmal gehts he ja weil ich wahrscheinlich diese Trigger scheiße aus hab was macht denn er guck dir das an jaaaa ach Digga kann ich ja aufheben die hat sich selbst auf dem Flohmarkt gekauft die Teile kann ich ja aufgeben Jungs so ein Allboost ein Glitzer ja wow mal drei ja wie lange haben wir noch drei Sekunden perfekt erste Halbzeit ach Digga diese fuck halt so doch war das gut bei mir oh ich werde dann überheblich werde bleib konzentriert Simao nein Simao bleibt dann warum wird sie überheblich die kann ich ja auch mal ich kann nicht mehr ich kann ja nicht mehr ich kann nicht mehr guck wie schnell dein ist hin ich hab einen richtig coolen Tun ich hab einen richtig coolen Tun Digga, die Pass Pässe sind aber auch Schmutz Die Pässe sind aber auch Schmutz Boah, sie werden Jubel macht Wenn den da reinpasst, dann schießt man den echt gut da drauf Oh ja, wow Konzentriert, bleib konzentriert Och man Du hast wirklich Spielabstand das schlechteste Team, was es je gab Digga Let's go Let's go With your loving soul and that beautiful face No one to know the days I spent in your reprise Hey 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 You are my summertime love When we go back, no one who know how we were Oh Pfff! Digga, was ist das? Was ist denn mit dem Torwart los? Ich hätte nicht... Digga, das ging am Anfang wirklich nicht. Also daran hat es wohl nicht gelegen. Am Anfang wird mir abgelenkt, wird umgepöbelt. Dann auf einmal geht alles. Es ging am Anfang nicht, bevor ich das umgestellt habe. 24 zu 12 Torschüsse. Da wärst du noch betrogen bei der Icon Packs, Jungs. Wo war da jetzt ein Betrug? Rumstelle, Pause drücke, Minierung glücke. Es geht nichts. Du kriegst auf M.O.P. doch wieder alles. Ach... Ja gut, bei M.O.P. kann ich so oft machen. Joa, bei Icon Rolette finde ich es schade, aber ja. Du kannst es machen, wenn du es nicht willst. Ja ne, wenn du es den Jungs schon versprochen hast. Okay, jetzt wird rein. Och, jetzt schon Witter. Nein! Och, nein! Den haben wir einfach doppelt. Geiler Typ, wir haben einfach doppelt. Versprechen halten, okay? Ich mach mal Löt. Ich habe es gesagt, dann halt ich es auch. Dann einmal wieder rumdrehen. Elgato aus. Ne, wie heißt es denn? Ich stehe gerade auf dem Schlauch und was in Wien? Serbien oder nicht? Serbe ist es doch. Dann müssen wir doch hier da sein, oder? Hier, genau. Serbe ist er. Schade, wäre eigentlich auch nicht schlecht gewesen. So, gehen wir hier rum. Was haben wir denn da? Bei P. Republik Irland. Was wäre denn das? Keen. Keen. Der Mittelfeld Keen, ne? Ja. Hat richtig Schmutz. Doppel Keen, na jo. Doppel Keen, Jungs. So viel Tempo für eure IV. Ach, Digga. Ach, komm schon. Sagt euch, wie es ist. Das geschieht, Leute. Recht, die Roulette machen. Gewinn doch du einfach mal. Dann kannst du auch mal ein Pack aufmachen. Das ist Keen. Wir gucken kurz Keen Party. Och, Chat, Digga. Das ist so belastend, Alter, ne? Ja, was wird denn der Kosten? Ach, hör auf. Senegal vergessen. Guck mal, vielleicht ist ein Senegalese drin.